Ich begrüße hier im Studio Frank Decker, Professor für Politikwissenschaften an der Universität in Bonn. Wir haben gerade Elke Twesten gehört, die hat sozusagen die Regierungskrise in Hannover ausgelöst. Welchen Eindruck haben Sie, welche Motivlage steckt dahinter? Es ist in erster Linie die Enttäuschung, auch die Verbitterung, dass sie nicht wieder aufgestellt worden ist als Direktkandidatin für die Landtagswahlen, weil sie als Vertreterin des rechten Flügels bei den Grünen sich auch offen für Koalitionen mit der CDU ausgesprochen hat. Das ist nicht mehrheitsfähig gewesen, sie ist dort unterlegen. Und insoweit kann man das schon als eine Art von Rache an der eigenen Partei interpretieren. Denn in Parteien ist es natürlich immer so, dass es unterlegene Minderheiten gibt, die dann aber die Mehrheitsentscheidung akzeptieren müssen. Sonst wäre das Regieren in der Parteiendemokratie gar nicht möglich. Welche Möglichkeiten hätte sie gehabt? Sie hätte einfach zurückgegeben? Sie könnte jetzt natürlich, also zunächst einmal ist es natürlich völlig im Einklang mit dem freien Mandat. Sie hat das Recht als Abgeordnete ihre Fraktion zu verlassen, sich einer anderen Fraktion anzuschließen. Aber sie weiß ja, was sie auslöst. Wenn sie dort aufgenommen wird. Also es geht hier um die demokratische Bewertung dieses Verhaltens. Und da wäre es schon besser gewesen, demokratisch sauberer, wenn sie dann das Mandat auch zurückgibt. Das heißt, die Grünen hätten dann die Möglichkeit, eben mit einem Nachrücker das Mandat dann neu zu besetzen. Und dann hätte sie ja immer noch mal in die CDU eintreten können. Denn das ist ja auch für die CDU ein zweischneidiges Schwert, die Geschichte, oder? Ja, ich glaube, das kommt für die CDU eigentlich sehr ungünstig. Denn in Niedersachsen gibt es ja sowieso Wahlen im Januar. Und ein konstruktives Misstrauensvotum jetzt zu wagen, da wird geheim abgestimmt. Man hätte auch nur eine Stimme Mehrheit. Möglicherweise gibt es aber dem einen oder anderen Abgeordneten auch in den eigenen Reihen, dem dieses Verfahren nicht gefällt. Es gibt auch in den Fraktionen immer Vorbehalte gegen Abtrünnige aus anderen Fraktionen, die dann direkt das Mandat quasi zugesprochen bekommen. Von daher wäre das ein großes Risiko, wenn eine solche Abstimmung dann am Ende verloren geht. Ich glaube, dass die Union das Risiko nicht eingehen wird. Es gibt verschiedene Szenarien, haben wir eben durchgespielt. Welche halten Sie für die wahrscheinlichere? Also ich könnte es mir fast vorstellen, dass es bei dem regulären Wahltermin im Januar bleibt. Also keine vorgezogene Neuwahlen. Denn da stellt sich das Problem des Termins. Wir haben ja Bundestagswahlen am 24. September. Sollen die Wahlen jetzt zeitgleich mit der Bundestagswahl stattfinden? Das ist ohnehin ein Problem, weil dann der Bund alles überlagert, auch den Landtagswahlkampf. Für die SPD wäre das wahrscheinlich ein Problem, weil sie im Bund eher schlechter dasteht. Und wenn die Wahl später stattfindet, ist das inmitten der Koalitionsverhandlungen im Bund. Also ich glaube eher, dass es dazu kommen wird, dass man bei den Gesetzesvorhaben, die jetzt noch anstehen, dass man dort Kompromisse sucht. Das könnte durchaus auch im Interesse der Union sein, weil sie nicht in den Geruch kommen darf, jetzt notwendige Gesetzesvorhaben dann der Regierung zu blockieren. Also Sie denken, weiterregieren bis Januar? Ja, und versuchen eben mit Unterstützung anderer Parteien dann eben zumindest die wichtigen Gesetzesvorhaben noch zu verabschieden. Herr Professor Decker, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.